Das Ding präsentiert Rock am Ring Äh, im Gesicht oder im Körper? Ich hab keine Ahnung, 103. Boah, also eine ziemlich groß auf jeden Fall, wo man tatsächlich echt spekuliert, ob die nicht vielleicht schon eigene Intelligenz entwickelt hat. Boah, keine Ahnung. Kein Fan. Nee, erst Fan durch und durch. 24. Keine Ahnung, wer ist Lemmy? Lenny. Keine Ahnung. Zwei. Vier. 17. Definitiv 17. Also ich würde sagen, das kommt darauf an, wie viel Kackpappe man dabei hat. Acht. Wer? Lemmy, das Dünnertier. Drei. Zu viele. Zwölf. Boah, zu viele. Ja. Ich hab keine. Was ist Lemmy? Lemmy ist cool. 200 Milliarden. Also wir philosophieren schon die ganze Zeit und campen darüber. Drei. Die eine heißt... Le, Ursula und Mie. Weil ich glaube, drei Warzen hat Lemmy. Ist das richtig? Das Ding. Live lautlässig.